Ich nehme wichtige Impulse auch für unsere Flüchtlingsarbeit von hier mit. Wir sind uns einig, wir deutschen Bischöfe, auch wenn es manchen Widerstand in dieser Problematik in der Gesellschaft und auch wohl in unserer Kirche gibt. Wir sind uns einig und dafür bin ich auch sehr dankbar. Für mich war es eine fruchtbare und anregende Tagung. Vor allem bewegt uns ja das Flüchtlingsthema. Dazu haben wir ganz gute Leitsätze aufgestellt, Positionierung erarbeitet und auch eine Orientierungshilfe für die Christen, die aus dem Osten kommen. Da ist die Vielfalt der Kirchen ja für uns beeindruckend und nicht jeder kennt sich da sofort aus. Das ist eine erste Hilfe, die wir da an die Hand geben wollen.